Seit einem knappen Jahr nun beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Immer wieder lernen die Kinder zu Hause und auch wir Erwachsenen arbeiten von zu Hause. In dieser Zeit ist die Idee von Gottesdienste daheim entstanden. Eine Idee, wie man mit Familien zu Hause, mit den Dingen, die die Familien im Haus oder in der Wohnung haben, Gottesdienst feiern kann, um geheiligte Zeiten zu feiern, um den Alltag einmal außen vor zu lassen, um Zeit für unseren Glauben und Zeit für Gott zu haben. Gottesdienste daheim zu feiern braucht Vorbereitung. Es braucht einen guten Platz, einen besonderen Ort, einen Ort an dem sich jeder und jede wohlfühlt, wo alle so sein können, wie sie sind. Ein Ort, an dem man die Herzen aufmachen kann für die Botschaft, für die Nähe Gottes. Es braucht ein bisschen Mut, Gottesdienste daheim zu feiern, seinen eigenen Glauben in Worte zu fassen. Und genau das ist es, was unsere Kinder brauchen. Zu spüren, dass der Glaube ein Teil unseres Lebens ist. Und wir Erwachsene, wir profitieren auch von der Kreativität dieser Kindergottesdienste, von dem, was sich uns als neuer Raum, als neue Sichtweise erschließt und sein Glauben verändert und tiefer werden lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017